So, da sind wir auch wieder, ey. Jetzt, halleluja. Ich mag gerade geguckt, wie viele Aufnahmen wir schon haben und ist schon viel. Wir sind jetzt knapp elf Stunden, die wir hinter uns schon haben. Und das ist natürlich noch ein kleines Stückchen vor uns. Ja, Celestine, was gibt es? Ich fragte mich, Monsieur, ob ich den Nachmittag frei nehmen könnte. Ja. Und weswegen? Ich würde gerne in den Gärten spazieren mit einem Freund. Ein Freund also? Würde ein wahrer Freund wollen, dass du deine Pflichten verletzt und deine Arbeit riskierst? Wohl eher nicht. Nein, sicher nicht. So. Ich denke, das Feuer in den Öfen muss geschürt werden. Oui, Monsieur. Dann leg mal los. Ich hätte die jetzt freigegeben. Noch mal eine Minute her, Farce. Ja, was gibt es für ein Problem? Ich glaube nicht, dass ihr bewusst seid. Jetzt beruhigt euch doch, Bürger. Jetzt müsst ihr veröffentlichen. Ihr seid böse. Mit Blut! Mit euch denn los? Seid ihr jetzt beide tot? Tut mir leider leid. Pst. Komm, geht ja, pst. Zack. So, Geld geholt aus der Kassel. Würde ich sagen. Nicht ganz schnacken. Ab dahin. Was wollen die denn da? Ah, mein Freund. Ja. Äh, wir kaufen erstmal ein. Ja komm, wir kaufen gleich voll hier. Wir kaufen alles voll jetzt gerade hier, wenn wir hier schon sind. Weiß ja eh nicht, was als nächstes kommt. Bevor ich nicht kaufen kann oder suchen muss. Pack mal voll. Medizin immer. Ja, Rüstung muss ich auch werden, definitiv. Niedrig hab ich voll. Wird so ein Affordauklinge. Hilft immer gut. Tab, Ausrüstung, brauche man. So. Soll die beiden Pappnasen von mir. Es geht ab. Noch ist alles gut. Äh, okay. Der Rat. Was in Gottes Namen ist heute bitte am Place de la Revolution geschehen? Germain war dort. Und ich kenne nun seinen Plan. Ihr müsst... Solltet ihr diese Ermittlungen nicht anderen überlassen? Ja, aber hört doch. Ja, aber hört doch. So wenig achtet ihr die Bruderschaft? Ich hab's gewusst. Ich sagte mir, Rabeau, dass ihr zu tief in eure persönlichen Fäden verstrickt seid. Darum trat ich doch der Bruderschaft bei. Ja, nicht weil ihr unsere Ideale teilt oder euch berufen fühltet. Aus Rache. Wiedergutmachung. Nehmt es wie ihr wollt. Ihr habt euch den Befehlen des Rats wiederholt, widersetzt. Ziele ohne Billigung verfolgt. Und mit jedem Schritt unser Credo missachtet. Meisterin Trennay? Angesichts dieser Fakten bleibt mir leider keine andere Wahl, als über euren Ausschluss abstimmen zu lassen. Meister Bellier? Dafür. Was wollt ihr... Meister Quimau? Dafür. Juckt mich nicht. Arnaud Dorian, der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen. Und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Das kann nicht euer Ernst sein. Hört mich an. Ich weiß, was Jean-Marc am Schilde führt. Ich kann ihn aufhalten. Die Entscheidung dieses Rats ist endgültig. Wir erlauben euch zu gehen. Dennoch hole ich ihn mir. Ist mir egal. Ob mit denen oder ohne denen, ist jetzt nicht so die Sache. Ich hoffe, dass ich nur einkaufen kann. Meine Klamotten noch habe. Oder dem Templer einfach beitrete. Mit den Ausrüstungen. Das hört sich jetzt auch geil. Mit dem Wissen, jetzt bei den Templern beizutreten, um ihn auszuschalten. Gute Wahl. Aber ich wäre erkannt. Wer sei es. Oh, oh. Oh. Verdammt. 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 Nein, nein, nein. Sucht er. Wo ist sie? Die Uhr. Brasserie Garso. War das letzte Nacht? Zwölf Stunden zuvor. Jawohl. Mach, dass du hier rauskommst. Aber ich... Raus. Du hast genug Ärger gemacht für eine Nacht. Ach, Mann. Schön. Dann besorg ich mir meinen Wein eben anders. Hey. Brasserie dangere ich mir voll. Start. m und moment So, wir haben ihn da, wir haben ihn da, wir haben ihn, okay. Zack. Den haben wir jetzt auch platt. Ist da irgendjemand? Ich habe keine Geräusche. Moment. Hallo? Ich war direkt hinter dem Schwein. Ich bin nicht hirn will. Dann hole ich mir halt die Kiste. Oh Gott. Das brummt aber gut auf dem Kopf. Was war denn das? Luch der Regenrevolutionär. Haltet. Vielleicht immer noch gut flink unterwegs. Eine mene Wage muss. Oh nein. Oh nein. Hi, Law. Hi, Law. Hi, Law. Hi, Law. So, jetzt gibt es wieder Wein. Es war letzte Nacht. Vielleicht liegt sie noch dort. Sind wir eigentlich hier?